Untertitelung des ZDF, 2020 Wir müssen nur gut hinhören. Was schreibe ich hier eigentlich? Das ist ja faszinierend. Mir kommt so vor, als stünde ich daneben und ließe mir alles diktieren. Ich kann damit gar nicht aufhören. Hallo? Wir werden Ihr Buch demnächst rausbringen. Wir bieten Ihnen eine Million Dollar. Die Rechnung bitte. Oh mein Gott! Ja, das ist doch mein Gott. Nach dem Bestseller von Neil Donald Walsh. Eine wahre Geschichte der Liebe und Inspiration. Ich glaube, Ihr Buch könnte die Welt verändern. Wenn jemand wie aus dem Nichts in Dein Leben tritt und Du Dich fragst, wie Du jemals ohne ihn leben konntest, dann ist das Gott. Gespräche mit Gott Halfway Tage mit Gott ать Untertitelung des ZDF, 2020